Komet und roter Schatten und kein Licht. Also das mag ja erstmal egal sein. Und ist das wie auch vergiftet worden dadurch? Ja. Das macht das Ganze einfacher. Ähm, ähm. So. Hm, es wäre nicht normal. Die Hexe hat doch die Zombies belebt. Hätten die Zombies nicht alle mit sterben müssen, wenn die Hexe stirbt? Egal. Ach, und noch der letzte. Dann haben wir es hinter uns. Oh, der Wegplatz anscheinend nicht für dieses Mal. Oh, auch nicht mehr richtig. Er wird trotzdem sterben. Elf mit Level 13. Elf Kronen. Grüner Stein. Hm. Geheißeltes Öl, aber sonst nichts. Hm. Oh. Zombie. Woher kommst du? Wie soll ich eigentlich nicht kämpfen, während ich was denke? Genau. Okay. Und wieder tut mich auf die Idee, nach uns Alex mal rein zu vergiften, aber wenn die Gegner auch ganz schnell tot ist. Wenn ich das nicht selbst übernehme, dauert es noch ewig. Nummer 1 vergiftet. Nummer 2. Nummer 2. Hoffentlich gleich auch vergiftet. Nein, bei denen hat es nicht gereicht. Nummer 2. So und selbst wenn es nicht fragt, wer hätte, jetzt wärst du mit Socialist-D. Da, 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 da. Ich komme zu einem. Everyday ist Monday. Und am Monday kommen die Zambi's. Hauptaufgabe, redete Lila. Sucht der König, auf dahinter der Türtreue öffnet. da kriege ich eine belohnung für eine aufgabe die als dem die aufgabe ausgestellt ist aber anscheinend irgendwie zur aufgabe anscheinend gehört und hinweist in bulgiat mir fallen da einfach nur offenweise zombies zu ein halt da bin ich schon längst vorbeigeflogen wir erinnern wir hatten mir noch mal die quest gegeben nein der war es nicht einer war glaube ich im haus und eine person war außerhalb 45 steine ok jetzt kommt einfach nur das gesuche werde noch mal die richtige person war der sollte geschichten erzählen man steht wenigstens dran ob es eine männliche oder weibliche person war die suche entschränken wenn nicht mal das also hier ist anscheinend dort auf jeden fall mal nicht was du es du da warst du das räumen will ok das war eindeutig nicht wenn oben nur eine frau ist war sie es auch nicht ja also hier war die quest auch nicht ich weiß dass die quest nicht in dem haus war wo ich unsere alten drei freunde getroffen habe das einzige was ich auch schon wieder weiß das mädchen sucht jemanden zum spielen die hat sonnenbrand das kind spielt mit feuer in dem haus war es glaube ich auch nicht da war nur noch ein mann der sich darüber beschwert dass sein kind mit dem feuer spielt und eventuell noch seine frau hallo ihr habt ihr die hexe gefunden ja wir haben die hexe vernichtet danke dass ihr mir den glauben geschenkt habt und wirklich hin gesagt hat hier eine belohnung für euch 800.000 erfahrungspunkte netter den aufstieg und naja nicht mal den kleinsten hinweis wo es jetzt weiter geht ich bin erst mal eine runde neun halb kron meinetwegen mal sehen was haben wir geschafft wir haben nächste vernichtet wir haben zwei geilen rühlen gefunden wir haben zwei städte durchsucht ne eine stadt durchsucht und ein paar nebenquests erledigt und hier drinnen war level 50 gut ich bin jetzt level 20 gegen drum offen speichern noch und sage dann bis zum nächsten mal bei unleashing of chaos und hier drinnen war